hallo ist der martin von dem mannke ist dass die dax analyse für nun donnerstag den 30.03.2023 und ich denke viel braucht man gar nicht sagen sieht ganz politisch aus der junge hat sich hier auch gut aufgerabbelt bekommen wir hatten gestern sinngemäß gesagt wenn er weil er hier eben so abgeflacht ist und eigentlich bloß einen rücklauf gemacht hat auf die 1500 aber auch nicht wirklich drunter gegangen ist dass er in dem falle wenn er über eine 15 150 15 160 geht für mich in long kandidat ist und dementsprechend dann auch weiter hoch gehandelt werden kann in die 270 300 und bis rein in 380 und auch hier 450 da braucht man nicht viel zu sagen das hat ein blinder mit rückstück erkannt dass der oberhalb von 15 150 notiert und eben nicht unterhalb von 15 100 und damit war das politische szenario aktiviert worden und das hat ausgefahren ist aber noch nicht ganz fertig und von daher können wir eigentlich zum donnerstag das relativ kurz machen dürften erwarten dass er einmal versucht hier oben drüber zu stechen 15 450 würde ich denken kriegen wir mal angeschossen ich glaube sogar dass wir 15 4 60 70 mal angeschossen kriegen ich würde sogar noch ein stritt weiter gehen ich würde sogar sagen wir kriegen bestimmt das gap hier oben zugemacht bei 15 500 ich würde aber im bereich um 450 500 sehr 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 genau auf rote stundenkerzen achten kommen die nämlich kann er von hier richtig wegknallen weil markternehmer das hier als abc werten könnten also als ein vollständiges korrekturmuster was in dem bereich einen abschluss finden kann und dann von hier eben noch mal auf eine weitere abwärtswelle wie die hier war spekulieren ja das heißt hier kann gut verkaufsdruck entstehen das muss nicht so sein ja ich würde nicht pauschal einfach nur short reinjagen nur weil er steigt und weil er stark ist sondern ich würde wirklich dann mindestens eine rote stundenkerze abwarten und mich auch dann direkt dahinter absichern also wenn er dann in umkehrsignal auskontert dann dann muss ich da kein short drin haben ja weil ich will in einem starken markt will ich nicht shorten aber wenn hier in so einem möglichen umkehrbereich ein short signal entsteht und umkehrsignal entsteht dann kann man das durchaus mal probieren und dann könnt ihr von hier oben tatsächlich sogar bis zu einem gap los hier runter rammen und eine 15 1 25 zertreten und sollte er zum donnerstag zuerst runterkommen und gar nicht zuerst so ich würde denken er geht erst hoch und dann runter sollte aber eher erst runter rammen und dann hoch ähm könnte er im bullischen szenario im super bullischen szenario auf 270 240 hier schon drehen und komplett oben durch rennen oder besser noch typischer auch für den dax er fällt einfach bis zu den amerikanern bis 15 30 hier runter auf eine 15 1 40 macht das gap hier zu und dreht sich dann nochmal hoch ja also das wären ganz 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 typische szenario für den donnerstag wie gesagt ich würde fast damit rechnen er drückt hier oben macht hier oben die 500 zu aber die gap close stehen hier definitiv im fokus ja das ihr kennt das ihr kennt wie wir analysieren oder wie ich analysiere ihr wisst das wie ihr das werten sollt ne ich bin kein hellseher ich kann euch nur aufzeigen wie bewegt sich der markt ähm oder der dax insbesondere typischerweise auf bestimmte ähm bewegung hin auf bestimmte äh strecken punkte formationen pattern alles ne ich kann euch einfach sagen was würde er typischerweise jetzt machen ich weiß aber nicht was davon kommt ja das heißt ihr müsst dann morgens auch tatsächlich gucken okay was von dem was martin vorgestellt hat sehe ich denn und wenn ihr seht der macht gar nichts von dem was ich erzähle dann ist nicht zwangsweise die analyse schlecht ja sondern dann sollte man für sich sagen okay dann trade ich aber auch eben nicht dieses eine senario was der martin vorgestellt hat nicht dieses zweite nicht dieses dritte sondern gehe ich einfach mit das heißt wenn ich zum beispiel sehe der macht ja eine grüne stundenkatze nach der anderen dann kann ich auch jede grüne stundenkatze hier noch long mitgehen und wenn der bei 55 immer noch gut drauf ist kann ich auch noch noch mitgehen weil er im zweifel sogar bis 57 rennen kann na das was ich betone ist wenn der dax hier oben eine rote stundenkatze ausbildet dann bietet sich vielleicht ein short an ja das ist ganz wichtig dass er auch diese bedingungen versteht und hört die ich erwähne weil das ist zwingende voraussetzung um dann so ein setup oder so ein typisches bild was der dax eben oft macht mit diesem aufschaukeln zum donnerstag er braucht dafür sein sein initiator sein trigger punkt und den müsste wie so eine wenn dann analyse dann auch abwarten und dann das handeln was ihr was ihr seht ja das heißt wir setzen uns in erwartungshaltung traden aber nur dieses szenario solange sich der markt in der erwartungshaltung bewegt geht er da raus nehme ich meine position raus oder ziehen stopp ran oder löse vielleicht sogar mal einen verlust auf ja aber ich reagiere ich arbeite aktiv mit dem markt ich versuche mitzugehen und nur dann zu traden wenn er genau das macht was ich haben will ja das heißt wenn er lange rote kerzen stellt und er steht hier bei 15 50 schon 10 uhr dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen ja ich knall jetzt hier long ein weil martin hat erzählt das geht hier hin und her nein 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 ja sondern martin sagt wenn hier unten in dem bereich eine grüne stundenkerze sich ausbildet dann kann ich long handeln ja das heißt aber auch ich muss das dann eben erst abwarten ja und kann mich dann eben nicht hinstellen wenn jetzt beispielsweise ich bei 15 100 dann long gehe voll in die roten kerzen reingreifen richtig schön ins fallende messer die die flank reinhalte und er rennt mir rund dann kann ich mich nachher nicht hinstellen und sagen hey was was hast du da erzählt das war auch quatsch ja und ich betone das extra weil das eben hier jetzt ein prädestinierter tag dafür wäre auch mal ein bisschen die leute haupt zu nehmen ja ein bisschen vom schema abzuweichen ich glaube hat sich jetzt hier auch mit diesem aufwärts gibt die leute gut zurechtgelegt bekommen er hat sie jetzt an einem schmerzpunkt und er könnte jetzt schmerzen zufügen er muss das nicht machen aber und dann macht er das und deswegen hier einfach ein bisschen vorsicht am donnerstag und acht wirklich auf die kerzen guckt ein bisschen auf die stundenkerzen das ist zum donnerstag immer damit verrät er sich oft am donnerstag der dax der läuft sehr straight macht schöne lange schwünge und ist sehr klar lesbar auch auf stunden ebene das macht insbesondere auch donnerstag so weiter eben auch viele termine aufeinander kommen ja aber man muss eben auch dann das handeln was man sieht nicht unbedingt das was man haben will nicht das was man glaubt was passiert sondern das was man sieht ja ich habe euch meine lieblingsszenarien vorgestellt oben runter drehen hier unten runter drehen ja und wenn er sich von oben runter dreht ja wenn er sich von hier oben runter dreht aus dem bereich kann er sogar auch locker den anderen bedienen er kann beide gaps am donnerstag klausen das kriegt er hin und dann am ende vielleicht sogar wieder da stehen wo er öffnet hat wie gesagt dreht er sich bloß bei 270 240 wäre das sehr positiv auch für einen freitag sehr positiv zu werten wenn er das gap hier offen lässt und sich schon hier im up shrink also beispielsweise er macht 500 rote stunden kerze knallt voll runter kommt auf 270 und macht hier schon seine grüne stunden kerze wieder dann geht er von hier wieder hier zurück schließt einen höheren kerzenschluss also macht einen höheren tagesschluss als die eröffnung war und dann war es trotzdem eine starke vorstellung und dann geht er am freitag weiter dann geht er am freitag oben raus ja ok ja also kritisch wird in dem moment wo wir unten hier das gap nicht mehr gehalten bekommen ab dann fangen an fängt es an frucht oder 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 das früchte zu tragen dass hier vielleicht eine mögliche abc abgeschlossen wird aber dafür muss das gap zu und dann muss hier unter 1550 dann kriegen wir richtig short signale weil dann ist eine mögliche abgeschlossene korrektur hier drin stehen dann könnte sich so eine zweite abwärtswelle von hier nochmal lostreten von dem hoch was wir dann haben ja und die kann gut und gerne bis 270 und noch tiefer gehen aber das wird erst wichtig wenn wir hier tatsächlich auch 15 ich sag mal 75 unterbieten ja solange da oben drin ist lassen dann ein bisschen schaukeln lassen auch oben raus machen gut ok dann würde ich sagen belassen wir es dabei wünsche euch viel erfolg und gutes gelegen dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss